meine damen und herren willkommen zurück zu einer weiteren epischen schlacht in battlefield 1 wir spielen die map bruch ja die ist leicht zu schreiben leicht zu merken und da fliegt auch schon irgendwas was war das keine ahnung wir starten in diesen fluggefährt und wollen eigentlich zu und runter wir sind wir sind das deutsche reich das heißt das deutsche reich ja das deutsche reich das bedeutet wir sind am arsch nein wir gehen mal in diesen panzer hier rein ich habe noch die völlig andere waffe ich habe jetzt gar nicht erwartet dass ich jetzt eine vollautomatische waffe haben wir sind natürlich im panzer drin muss so sein aber wir werden repariert das ist auch schön ok sorry ich muss noch weiter ich muss daran denken dass ich eine vollautomatische hinter mir ach guck mal what ok meine waffe hat gar nicht so viel schaden gemacht gerade wir gehen mal zu d schnell 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 ok d und e werden wieder gesichert dann gehen wir trotzdem zu d wir sind in keinem trupp sehe ich gerade wie sollte man im trupp rein äh trupps ähm bap bap alte sind ja alle voll ok gut dann gehen wir zu friedrich zack jawoll ich weiß nicht äh natsu natsu ist ein sniper also natürlich nicht der natsu von fairytale sondern äh natsu von ähm saw kalibur dat geile mädel so kann man die schaufel aufheben das wär das wär's ja ey scheiße 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 runter 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 was da ist ein durchgang ok ich kenne die map halt nicht ähm und ja ich werde auch noch äh team deathmatch spielen ich glaube dann wird äh nächste ähm folge mal ein bisschen team deathmatch gespielt ich weiß oberung ist zwar geiler aber ich will die maps mal auch in klein sehen ne wie die da so funktionieren wie man immer das verlangen hat eine wand zu bauen ey das ist der wahnsinn nein 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 ich brauche heilung ich brauche heilung ich brauche einen sannie ich brauche einen sannie ah ja scheiße hier sind mehr gegner ach verdammt ach mist aber die brücke ist cool die macht schon mal spaß alter wir haben ja fast alles außer jetzt noch e ja und c halt ne also sieht gut für uns aus erstmal ich glaube dann gehen wir mal zu e äh ich glaube die map bruch ist aus dem ähm dlc they shall not pass glaube ich ich weiß es nicht da steht ja dann in der beschreibung drin welches dlc das ist das war wohl der einzige das doch schon hier ist wieder einer es kommen langsam mehr kein problem wir machen das wir brauchen hier mehr deutsche scheiße what wie hat denn der mich bitte getroffen wie liege ich da überhaupt wie hat der mich jetzt bitte getroffen alter der hat gar nicht in meine ecke geschossen da ah das ist jetzt natürlich ein bisschen ärgerlich man eva wäre so gut wie unsers gewesen ah ätzend äh lol ist das ein ach so ah ja ok wir gehen jetzt wieder ins gehöft die nehmen da schon wieder ein bitte mit mir dankeschön das licht hier ist jetzt auch weg nice lol wie das einfach mal in der luft schwebt das ist ein das ist ein fucking witz e ist echt uneinnehmbar gerade das ist das letzte was uns fehlt come on ey wir nehmen das jetzt ein so einfach ist das und zwar volle kanone ey jawoll nice alles gehört einfach mal uns also das team den hab ich erst gar nicht gesehen das team hat echt nix wirklich drauf aber ich glaub ah die machen jetzt bei 10 ein bisschen radau what was da lag der medic medic oh medic kommt medic kommt medic kommt medic kommt nicht ah wird angegriffen dann gehen wir mal zu ihm hier ah guckt mal hier schön die ganzen roten äh blümchen hier aus munition na dafür kann ich nix ich bin leider nur der sturmsoldat hier sind hier ist irgendwo noch einer feinlicher wehrmutter precis oh oh fuck wow das ist fucking witz ey das ist jetzt ein witz gewesen der hat mich nicht wirklich überfahren oder oh man oh scheiße A wird jetzt überrannt fuck 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 nein nicht A bitte nicht A daneben geschossen ey lol na komm medic komm komm ja ja jetzt komm ach man was ist denn das für einer ich weiß da war einer war jetzt mal oh 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 scheiße was ist mit dem los ich bin verletzt helft mir ich glaube der wollte mit dem kopf durch die wand scheiße die kleine sau ist auch noch tot er hat sich mit der granate noch ein kill äh äh er geiert der hat schon drei service stars mit der granate what the fuck okay ähm wir gehen mal bei dem hier endlich ist mal wieder ein bisschen tag hier guckt euch das mal an so schön kann die map aussehen wenn nicht überall krieg ist ja also wenn nicht überall staub und und ne boah was oh die sau den hab ich ja gar nicht erwartet aber die wissen schon dass die in im rückstand liegen ne dass die nicht verteidigen sollen sondern äh angreifen müssen das wissen die glaube ich schon gehen wir mal zu B hier waren wir noch gar nicht Leute die mp ist echt schwer ich weiß es sieht nicht so aus aber die ist echt nicht leicht zu spielen wir fahren mal ein bisschen oh oh Leute ups hab ich hab ich kein roadkill bekommen ach come on das war doch lustig oh dafür erstmal 6 8 sekunden strafe ey ei 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 ich glaube die fanden das doch nicht so lustig ich muss dann mal die waffe wechseln weil die waffe ist echt nur für team deathmatch gemacht ohne witz die waffe klar man kann mit der bestimmt auch so gut umgehen aber aber die ist wirklich für team deathmatch und äh an anderen karten oh das arme pferd man ich wollte doch nicht das pferd töten aber was soll ich machen ist immer so ne große hitbox ja das nehmen wir ein jawohl die ist gerade keiner nice schnell irgendwo verschanzen aber da ist der schon drin oh scheiße equivale stimmt IRED IN ... Keine Ahnung, wo die sind. Wo sind die denn jetzt hier? Irgendwo ist hier noch einer drin, oder? Ja. Okay, ich glaube, wir haben alle. Ah, rüber da. B braucht unsere Hilfe, aber C halt auch. Shit. Nein, ich wollte auch die... Ich habe den gar nicht gesehen, den Panzer. Es ist kein Witz, ich habe den echt nicht gesehen. Was läuft denn da rotes rüber über meinen Fernseher? Was ist das denn gewesen? Das sah ja eklisch aus. Aber das schaffen die dennoch nicht. Also, das wäre echt ein Wunder, wenn die jetzt noch gewinnen würden. Hier sind irgendwo welche. Oh, fuck it. Fuck. I need heal. Das ist ja wirklich einer. Ihr kleinen Schweine, ey. Jetzt brauche ich aber echt einen Sani. Hallo? Kann mich mal jemand behandeln? Bitte. Jetzt mal ohne Witz. Okay, scheiß drauf. Wir machen das. Ach du Scheiße, die Brücke fehlt dir. Oh, den habe ich getroffen. What? Alter, was ist denn jetzt kaputt? Den habe ich doch nicht. Okay, komm. Ja, die Eroberung ist geil. Das gibt Punkte. Das gibt richtig Punkte. Boah, schön. Tausend, ey. Da war noch einer. Okay, ich sehe jetzt gerade hier keinen. A wird wieder angegriffen. Okay. Na gut, A ist ein bisschen weit weg. Müssen wir aber rüber schwimmen. C ist anscheinend sehr uninteressant geworden. Jawohl, der Endspurt. Man hört ihn. Die kriegen nicht mal die Hälfte der Punkte. Sah lustig aus. Sah lustig aus. Stirb. Ach Mann. Ich wollte die gerade werfen. Aber wir haben gewonnen. Nice. Und das mit sehr, sehr großem Abstand. Also wirklich verdammt groß. Flaggen sowie Kills haben wir dominiert. Oh, das gab ganz schön viele Punkte. 14.000. Holy fuck. Sind wir dann einer der ersten fünf oder der ersten zehn sogar? Ich weiß es nicht. Oh, nee. Der eine hat 61.000. Ach, du heilige Scheiße. Ah, ich habe Stummserdat ein bisschen gelevelt. Ich muss dann noch... Ah, ich muss noch Dingen spielen. Den, 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 den. Versorger. Mache ich dann in den nächsten Folgen? Habe ich irgendwas geschafft? Nö. Punktestand. Komm, wo bin ich? Zwölfter. Oh, ist doch in Ordnung. Mit 9.000 Punkten. Okay. Alles klar, Leute. Da würde ich mal sagen, sehen wir uns dann nächste Woche zu einer weiteren... Nee, Quatsch. Morgen und übermorgen, glaube ich. Also einer von den beiden Tagen kommt auf jeden Fall wieder Battlefield 1. Dann spielen wir mal Team Deathmatch. Gucke ich mal nach, was man so finden kann. Wenn es so doppelt im App ist, dann ist es eigentlich auch egal. Weil im Team Deathmatch haben wir den eh nicht gespielt. Und dann spielen wir mal ein bisschen LMG. Auch wenn das eher wieder so ein Eroberungsding ist, finde ich. Wir gucken mal, was am besten passt. LMGs muss ich aber auf jeden Fall nochmal leveln. Gut. Wird gerade beendet. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Dort rein und ciao.